You're about to watch Honish Wave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG Podcast live, Sunday, 6 p.m. Standard European. Von Nikolaus Kill, 28. Oktober 2021. Fehlender Kontext. Die genannten Meinungsumfragen beruhen Experten zufolge auf unpräzisen Fragestellungen und umstrittenen Grundannahmen zum Scharia-Begriff. Die Behauptung ist beschwerige Gefahr, wenn Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland kommen, berücksichtigt nicht, dass der Begriff Scharia verschiedene Auslegungen kennt und durchaus mit deutschen Gesetzen vereinbar sein kann. Das haben die Experten, die Korrektiv da befragt hat. Übrigens, man hat dort nur Experten befragt, die die Meinung von Korrektiv stützen. Der umstrittene Punkt, also umstritten, da ist eigentlich nichts umstritten. Man hat sich halt genau die zwei oder drei Experten gesucht, die eine Meinung vertreten, die unhaltbar ist. Die Erklärung ist die, das Scharia könnte ja alles heißen. Scharia könnte ja heißen, ich leite aus dem Koran ab, dass Homosexuelle die besseren Menschen sind. Das Problem ist aber, dass wir wissen, dass in Afghanistan die Scharia nicht so verstanden wird. Das ist schon eine unangenehme Auslegung des Koran, der da die Gesetze bildet im Rahmen der Scharia. Du hattest von dem jetzt einen richtig schönen Punkt schon, den du anmerken wolltest. Achso, weil ich vorher gesagt habe. Ja klar, meine Frage wäre dann, sagen wir, welches Land, in dem laut der Regierung die Scharia gilt, also die Regierung, die herrscht, definiert das, die Gesetzeslage, wie sie ist, als Scharia, würdet ihr einem Schwulen empfehlen, dauerhaft umzuziehen? Gibt es da eins? Das wäre meine Frage an diese Leute. Und warum korreliert das quasi eins zu eins mit, sagen wir Sachen, wie der Ablehnung von Homosexualität, habe ich jetzt auch nochmal hier eingeblendet. Das ist dann ja genauso in diesen Ländern, in den Ländern, also es ist sogar noch krasser in der Regierung. Ja, aber warte, da fehlt Kontext. Was ist denn Homosexualität? Homosexualität könnte ja heißen, dass ich da Gruppenorgien feiern möchte und das ohne Kondom und so weiter. Das könnten die aber auch nicht sagen. Vielleicht haben die nur ein Problem mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr, mit mehreren Geschlechtspartnern des gleichen Geschlechts am selben Tag oder so. Das können sie aber auch nicht mehr sagen, weil das ist ja auch gut. Sie könnten ja nicht sagen, es wäre okay, dagegen zu sein an diesem Punkt. Insofern sind sie sogar da als Zwickmühle, da kommen sie nicht aus. Ach na ja, die Eigenheiten der Länder, die sind noch nicht so ganz aufgeklärt wie wir, aber da kriegen wir sie auch noch hin. Ja, aber wenn ich sie dann frage, also Christopher Street Day, wenn ich sage, das ist alles scheiße, was da passiert, dann, zu was macht mich das? Dann würde ich relativ heftige Begriffe hören. Also es wäre auf jeden Fall relativ leicht, sie da in der Sackgasse zu manövrieren. Das könnte sein. Vergleichen wir hier mal ein paar Sachen. Ägypten haben wir 74 Prozent, die die Scharia als Landesgesetz wollen. Was Homosexualität angeht, haben wir in Ägypten 94 Prozent Ablehnung. 94 Prozent, die sagen, es ist unmoralisch. Schlomo, aber nochmal, ohne Scheiß, wenn korrektiv in diesem Bullshit, den sie von sich geben, wenn die da einen vernünftigen Faden drin sind, also sich daran halten würden, wirklich an dem Scheiß, den sie erzählen, dann müsste es jetzt eigentlich den nächsten Faktencheck geben, der sagt, das ist irreführend, denn was genau ein Ägypter unter Homosexualität versteht, das wird in dieser Umfrage nicht geklärt. Das wäre exakt dieselbe Herangehensweise wie die, die sie jetzt gewählt haben in Bezug auf die Scharia. Wäre exakt dasselbe. Was genau ist denn jetzt Homosexualität? Beim Palästinensern ist dann deckungsgleich 89, 89. Bei den Parkis haben wir 84 Prozent, die die Scharia haben wollen und wir haben 90 Prozent, die sagen, Homosexualität ist unmoralisch. Also in der Regel ist es noch etwas mehr bei der Homosexualität dann, das ist der Trend. Insofern, ich würde vielleicht die Frage sogar noch erweitern, die ich gestellt habe, in welches der Länder, in denen die Ablehnung der Scharia über 50 Prozent, äh, sorry, in denen die Scharia mit über 50 Prozent gefordert wird, würdet ihr einem Schwulen raten, dauerhaft zu ziehen? Oder einer westlichen Frau, die weiter westlich geprägt leben will, ohne Kopftuch und alles? Und rausgehen, wie sie lustig ist? Und so weiter. Ja, gute Fangfrage. Dann kommen wir zu Professor Dr. Ruth Kropmanns, der ist seit 2013 Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Uni zu Berlin. Und der hat dazu, Gott, jetzt muss ich kurz Schokoladrinken, einen Tweet abgesetzt. Das sind mehrere Tweets. Und der schreibt hier ein Faktencheck zum islamischen Fundamentalismus, der sich um die Fakten einen Dreck schert. Der Bemangelte, der Typ ist Holländer, Kontext findet sich nämlich in der Pew-Studie, die die Faktenchecker offensichtlich nicht gelesen haben, beziehungsweise wissentlich verschweigen. Ein Threat. Und jetzt schreibt er, 99 Prozent der befragten Afghanen sagten, sie befürworten, dass die Scharia das Gesetz des Landes wird. Gleich, was jemand unter Scharia versteht, ist das schon problematisch, da es auf jeden Fall bedeutet, dass man seine religiöse Regelgesetzeskraft geben will. Aber Pew fragte weiter. Es gibt also weitere Fragen. Meinen Sie, dass es verschiedene Interpretationen oder nur eine Interpretation der Scharia gibt? Nur eine meinten 67 Prozent der Afghanen. 29 Prozent meinten, es gebe mehrere Interpretationen. Ich glaube übrigens, von diesen 29 Prozent denkt keiner, dass es eine Interpretation gibt, in der steht, Homosexualität ist eine ganz tolle Sache. Ob schwul oder nicht schwul ist, vor Gott gleich, macht keinen Unterschied. Das glaubt keiner in Afghanistan, wer da wetten will. Und wir können das entsprechend irgendwie managen, dass du dann dahin gehst, auf meine Kosten oder so, wenn du eine Umfrage machst. Gerne, gerne melden. Weiter geht's. Sollten religiöse Richterfamilien und Eigentumsstreitigkeiten entscheiden? Ja, sagten 78 Prozent der Afghanen. Befürworten Sie Leibstrafen für Verbrechen wie Diebstahl? Ja, sagten 81 Prozent der Afghanen. Unter welchem Gesetz, Schlomo, gibt es Leibstrafen für Verbrechen wie Diebstahl? Mutter Scharia. Dankeschön. Befürworten Sie Steinigung als Bestrafung für Ehebräuche? Schlomo, schätzt mal. Befürworten Sie Steinigung als Bestrafung für Ehebruch? 80? Wie viele sagten ja? Fast. 75 Prozent. Aber ich möchte nur kurz auf... Ja gut, was heißt denn Steinigung? Vielleicht meinen Sie auch, dass man stoned wird, dass man Gras raucht. Ja, möglicherweise. Ich möchte dann schon mal ein Korrektiv hier überleiten. Die genannten Meinungsumfragen beruhen Experten zufolge auf unpräzisen Fragestellungen und umstrittenen Grundannahmen zum Scharia-Begriff. Pew hat gefragt, befürworten Sie Steinigung als Bestrafung für Ehebruch? Ja, sagten 75 Prozent der Afghanen. Befürworten Sie die Todesstrafe für Menschen, die sich in einer anderen Religion als dem Islam bekehren? Du bist dran, Schlomo. Ich sag nochmal 75. 79 Prozent. 79. Nochmal schon, die Frage war, befürworten Sie die Todesstrafe für Menschen, die sich zu einer anderen Religion als den Islam bekehren? Das ist Mainstream in der islamischen Welt. Ja. Also wir haben hier eine deutliche Mehrheit der befragten Afghanen. 79 Prozent möchten, dass wer dem Islam den Rücken kehrt, getötet wird. Aber bei Korrektiv heißt es, was Scharia ist, weiß man nicht so genau. Und der Rest ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Geht noch ein bisschen weiter, aber er hat hier keine Umfragen mehr drin, also keine Fragestellungen mehr. Er verlinkt hier aber auch die Studie. Das ist ganz schön, da schon vorgewarnt zu sein, weil irgendwann, ich sehe das schon kommen, hätten wir das heute nicht angesprochen, in irgendeinem Streitgespräch wäre das mal gekommen. Aber Korrektiv sagt ja, dass die Umfrage von Pew Research nichts wert ist. Alter, das haben wir hiermit geklärt. Werde zukünftig auf die Halloween-Spezialfolge HW 118 verweisen. Damit hat sich das Ding mit Korrektiv erledigt. Ich würde kurz noch aufgreifen wollen, dieses generelle Ding von wegen, was ist überhaupt die Scharia? Die Scharia ist nicht definierbar. Die Scharia ist ja relativ klar definiert. Die Scharia sind die Regeln aus dem Koran und den Haditen als Gesetz. Das ist die Definition der Scharia. Die Hadite können sich dann unterscheiden. Das ist eigentlich die einzige Schwammigkeit da drin. Zum Beispiel wäre bei den Sunniten dann Zahir al-Bukhari sehr wichtig und bei den Schiiten wären andere Dinge sehr wichtig, die dann aus den Haditen noch dazukommen. Ich meine, alleine, was wir an Krankenregeln im Koran haben, würde ja schon ausreichen. Bei den Sunniten, und wir reden jetzt zum Beispiel bei Afghanistan über ein sunnitisches Land. Und Zahir al-Bukhari ist, also das liest sich wie Pulp Fiction. Insofern, ja, mir ist klar, mit deren Autismuslevel könnte man auch da sich wieder querstellen bei dieser Ausführung und so weiter. Aber mal für alle, die halbwegs denken können, dass sie ungefähr einschätzen können, worüber wir überhaupt reden bei Scharia. Im Grunde genommen hätten wir das Segment hier verkürzen können, die Leute bei Korrektiv, die sind nicht mehr normal in der Birne. Ich habe noch eine Frage an die Leute von Korrektiv, und zwar, ob sie ein Problem damit hätten, ob sie es als bedrohlich empfinden würden, wenn ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland die Einstellung jetzt hätte, dass die Gesetze aus dem Alten Testament die Staatsgesetze ersetzen sollen. Ob sie das als etwas bedrohlich empfinden würden. Ich gehe davon aus, dem ist so. Ich glaube, wenn es zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland gäbe, die so drauf wären, dann würden wir ständig aus dieser Richtung über diese zwei Prozent lesen und wie unglaublich fucking gefährlich die sind. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Ofarim, oder was? Mhm, genau. Ich hoffe, die Leute wissen es noch nicht. Aber ich meine, gut, 99 Prozent werden es mitbekommen haben. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, gibt es jetzt schöne Neuigkeiten. Und selbst die, die es wissen, ist trotzdem interessant, weil wir hier mal wieder einen schönen Abgleich machen können. Öffentlich-Rechtliche verglichen mit freier Presse ist übrigens ein Zufallsfund meinerseits. Wir fangen an mit NDR. Antisemitismus, also öffentlich-rechtlich. Antisemitismusvorwürfe der Fall Gil Oferim in neuem Licht. Und das ist ein recht langer Artikel, der hat dann so verschiedenste Überschriften. Für uns ist nur folgender Part interessant. Mit der Überschrift, interne Untersuchung, keiner der Zeugen kann die Diskriminierung bestätigen. Ist übrigens der kürzeste von all diesen Absätzen, wenn ich das hier richtig sehe. Ich lese mal. Die Betreibergesellschaft des Leipziger Western Hotels hatte bei einer Anwaltskanzlei, die auf sogenannte Compliance-Untersuchungen spezialisiert ist, eine interne Untersuchung beauftragt. Im Untersuchungsbericht heißt es, dass keiner der befragten Zeugen bestätigt habe, dass eine antisemitische Diskriminierung erfolgt sei. Und es ergibt sich außerdem daraus, dass sich Gil Oferim möglicherweise seinerseits in der Hotellobby daneben benommen habe. Punkt. Ende der Schilderung des Sachverhalts. Es geht weiter mit, hat die deutsche Medienlandschaft ein Problem mit zu schneller Empörung? Gefolgt von, der Fall Gil Oferim auch jetzt nicht abgeschlossen. Gefolgt von, ja bitte? Wenn es um etwas geht, wo tatsächlich Empörung angemessen wäre, dann definitiv nicht, wie wir hier sehen können. Ja. Also, ich meine, das sagt mir gar nichts. Also, im Grunde genommen steht da drin, es ließ sich kein Zeuge finden, der bestätigt, was Oferim behauptet hat. Der hat sich daneben benommen. Also, nicht nicht im Grunde genommen, sondern das steht da. Im Untersuchungsbericht heißt es, dass keiner der befragten Zeugen bestätigt habe, dass eine antisemitische Diskriminierung erfolgt sei. Und er hat sich daneben benommen. Also was, gerülpst, oder? Ja, stimmt. Das muss man dem NDR lassen. Das haben sie zumindest erwähnt. Ja, aber das sagt halt nichts, ne? Das geht ja auch hier rein und da raus. Also, daneben. Okay, er hat einen Rülpster rausgelassen in der Lobby. Ja, oder hat sich lautstark darüber beschwert, dass ihm gesagt wurde, pack mal deinen Judenstern weg. Das ist ja auch möglicherweise für den ein oder anderen Zeugen, wie man ihn hat erwartet, ne? Geschmacksrichtung AfD-Wähler, ist ja vielleicht das auch ein daneben benehmen. Also, so kann mich der NDR dann gut entlassen aus diesem Artikel. Wie gesagt, danach und davor geht es um andere Geschichten. Es geht nicht darum, was ist denn jetzt tatsächlich passiert. Und der Artikel vom NDR, der ist vom 30.10., also der ist recht neu. Der ist von gestern. Der FAZ-Artikel, den ich euch jetzt vorlese, der ist vom 27, der ist nochmal drei Tage älter. Also man sollte erwarten, da stecken jetzt weniger Informationen drin. Aber seid gespannt. Befragte Zeugen widersprechen Aussage von Geofarim. Jetzt widersprechen sie. Beim NDR hieß es noch, konnte keiner gefunden werden, der bestätigt, was er behauptet hat. Und er hat sich den Nehmen genommen. Okay, aber jetzt widersprechen die Zeugen plötzlich den Aussagen Ufa Riems. Und ich erspare hier den Anfangspart. Obwohl, der Part hier ist vielleicht doch ganz interessant. Stattdessen soll er sich über die vermeintliche Bevorzugung anderer Gäste beim Check-in beschwert haben. In dem Hotel waren demnach an jenem Abend das Check-in-System und das Programm ausgefallen, mit dem die Zimmerkarten kodiert werden. Neue Gäste konnten nicht einchecken. Zwei Stammgäste, das ist eine in sich schlüssige Geschichte, seien nach Ufa Riems angekommen und hätten gefragt, ob ihre Zimmerkarten wie sonst üblich schon vorbereitet seien. Daraufhin habe der Mitarbeiter ihnen offenbar Zimmerkarten übergeben, die anderen Gästen hätten weiter warten müssen. Das ist eine schlüssige, sinnvolle Geschichte. Das System ist ausgefallen, aber zwei Stammgäste kommen. Für die waren die Karten schon vorbereitet, bevor das System ausgefallen ist. Darum haben sie ihre Karten bekommen, obwohl sie nach Ufa Riems angekommen sind. Ich erkenne da nichts, wo ich mich fragen müsste, ey, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, wenn das eine Ausrede ist, dann ist das eine verdammt gute Ausrede. Die ist absolut schlüssig, die Geschichte. Ufa Riems soll sich darüber bei den Mitarbeitern beschwert und von einem Scheißhotel oder Scheißladen gesprochen haben. Dann kündigte er laut dem Bericht an, ein Video für Instagram aufzunehmen, das viral gehen werde. So sollen zwei Mitarbeiterinnen und drei Gäste die Szene geschildert haben, berichtet die Zeit. Keiner und keine, das ist ein Satz, Alter, der ist für uns auch schon interessant. Gut, dass wir diesen Artikel behandeln. FAZ nochmal. Ja, das ist ein ehemals konservatives Blatt. Keiner und keine jener Zeuginnen und Zeugen, das steht ja wirklich so, die in dem internen Bericht auftauchen, haben in der Hotellobby eine antisemitische Beleidigung gehört. Also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Star, der ankommt, nicht versteht, wieso dort zwei Kunden bedient werden, bevor er bedient wird. Ich nehme jetzt mal an, man wird ihm das erklärt haben, was der Grund dafür ist. Den wollte er anscheinend nicht verstehen, hat daraufhin von einem Scheißhotel oder einem Scheißladen gesprochen und den Mitarbeitern gedroht, ein Video zu drehen, welches viral gehen werde. Aber dann hat er den Fehler gemacht, seinen Stern nicht vorzeitig raus, äh, rechtzeitig rauszuholen. Also die Geschichte scheint von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und so wie ich das verstehe, gibt es keinen Zeugen, der das bestätigt, was Oferim dort behauptet hat. Nicht einen, es gibt nicht einen Zeugen. Was sagt eigentlich der Oferim mittlerweile? Hat der auch irgendwas gesagt? Er hatte, ich hab heute, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wo, kann sogar sein, dass das Zeit war. Er hat noch mal einen Artikel gesehen, Gil Oferim äußert sich erneut zu Vorwürfen oder so nicht. Habe ich gar nicht erst gelesen, keine Ahnung. Also, man, da kann ja nur Scheiße bei rauskommen. Und falls nicht, machen wir nächste Woche einen schönen Nachtrag. Ja, vielleicht bin ich ja der Idiot. Ich halte eine Wette, dass ich nicht der Idiot bin. Alter, ey. Ja, ich frag mich, wann wir das Böhmermann-Ding dazu sehen werden. Ich meine, Böhmermann könnte jetzt irgendwie so ein fünf, sieben Minuten oder so Ding machen, wo dieser Typ zerrissen wird. Und zwar auch tatsächlich mal wirklich lustig. Weil was hier passiert ist, tatsächlich wirklich lustig ist. Ja, stattdessen wird's belassen werden bei der Referenz, die gemacht wurde, wo er sich voll hinter Oferim gestellt hat. Und jetzt, als rausgekommen ist, dass, also, ich hätte mir nicht vorstellen können, am Anfang, als das so losging mit, ah, okay, der hat keine Kette getragen, sehen wir auf die Überwachungskamera, bla bla bla. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so weit geht, dass der Typ gedroht hat, das zu machen. Also, dass der so cocky war, dass er noch angekündigt hat, ich werde euch fälschlicherweise verleumden, weil ihr mir hier auf den Sack geht, weil ich euren Service nicht mag. Ja, so stellt es sich dar. Und wie gesagt, mehrere Zeugen, fünf an der Zahl, bestätigen genau diese Aussage, also diese Theorie, und keiner hat dort gesprochen auf Seiten Oferims. Er ist schon sehr verwunderlich. Ich frage, wie es aussehen würde mit irgendeinem Musiker, der behauptet, wegen, weil er nicht geimpft ist, irgendwo nicht reingelassen worden zu sein. Da würde Böhmermann auf jeden Fall drüber machen. Da hätte er einen Riesenfass drauf gemacht. Das wäre dann auch irgendwie richtig rund gegangen. Und alle hätten angefangen, dieses Hotel oder wo auch immer, der nicht reingelassen wurde, zu hassen. Und dann kommt so viel raus. Dann kommt raus, er wurde da reingelassen, es gab nur irgendein Problem mit dem System oder so. Und der Typ hat dann gedroht, diesen Shitstorm zu produzieren. Dieser Musiker würde nie wieder irgendeine große Bühne betreten. Nie wieder. Ja, so sieht es aus.